Hier Leute! Ich muss bei Sonnenfüll, der Maul hat die Oma mir erklärt, auf das CE achten. Du kannst dich doch auf dem Stuhl setzen. Ich setz mich wenig hin. Sie sagt, sie sitzt eh nicht, nimm dir den Stuhl, Oma. Lotte, go! Boah, wie ekelhaft. Guck mal, die Knöpfe. Ja. Das hat die bei den anderen Hunden noch nie gemacht. Wenn ein Hund hier wäre, würde die das auch machen. Das ist ihr Garten. Und der wehrt sich ja auch nicht. Los, Lotte. Die große Lotte. Aber sie weiß, wie sie es werden kann. Und das ist das, was ist das denn hier? Kino oder was? Ja, wie hier da sitzt. Guck mal, die passt auch. Der ist hier nicht so. Das ist hier die Arena. Von den Gladiatoren. Ja, ja, wie das die, ne? Als er mal da war, wo ich gesagt hab, der ist da wieder ein Pitbull, ne? Und hat die Blätter von den Bäumen abgerissen. Guck mal, die lässt den nicht vorbei. Guck mal. 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 Guck mal, wie die steht. Guck mal, wie die steht. Guck mal, wie die steht. Und der Schwanz kommt im Zeitpunkt. Der Schwanz ist auf, äh... Sturm. Sturm. Ja, die lassen nicht jeden Hund an sich. Die nur die Stimme. Ja, Buddy riecht ja nicht den Hund. Der wird ja gewadet. Dann kriegt er schon noch ein paar Firmen. Lotti. Guck mal, stellt ihr sich hin, wie Türsteher. Aber so Weiber sind immer so kribitzig, ne? Nee. Der Hex fahr aber so. Der Hex fahr so aber nicht. Oder? Der Hex? Nee, nee, nee. Nee, nur wenn's um Essen ging und wenn's nen Knochen... Guck 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 Buddy, komm her! Aber das... das war aber der Hahn. Die kann das auch los, ja... Guck 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 Also, Buddy, fünf Minuten noch! Guck 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 Wenn ich statt in YouTube reinsetze, dann denken die Leute, ich hätte hier illegale Hundekämpfe oder so. Ja, ist doch gut. Du kannst demnächst Tickets verkaufen für dir. Und dann können wir Geld gewinnen. Dann können wir noch Cola-Dosen verkaufen und Würstchen. Ich mach die Bratwürfe mit Brötchen hier. Aber du schaffst mir immer jeden Tag andere Hafer bereiten. Wie das Ego jetzt, ne? Hoch ist. Komm mal hierhin, Lottie. Lottie, Lotte. Komm. Du kommst sie nicht durch. Guck mal, weil... Da heißt es nicht mehr, weil ich heulbude. Die Heulbude. Und hier sind Schatten, Leute. Es geht nicht besser. Vielleicht habt ihr auch einen Sommer. Wir wollen nicht gefilmt werden. Wir wollen nicht gefilmt werden. Ich kann nicht Wasser hinstellen. Ich finde es wenig. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Vielen Dank.